Man unterscheidet beim Hautkrebs den schwarzen von dem weißen Hautkrebs. Der weiße Hautkrebs, da gibt es das Basalzirkazinom und das Stachelzirkazinom, sind die meisten, die häufigsten Tumoren der Menschheit. Beide Hautkrebsarten, sowohl das Basalzirkazinom als auch das Stachelzirkazinom, gehen von der Oberhaut aus. Der schwarze Hautkrebs, das sogenannte maligne Melanom, geht von den pigmentbildenden Zellen in der Haut aus.